1, 2, 3, 4 Abstand, ungefähr 1 Meter zur Kamera, Abstand 2 Meter, Abstand jetzt ungefähr 3 Meter, dann sehen wir das Ganze auf etwa 4 Meter Abstand, jetzt sind wir bei ungefähr 5 Metern Abstand, jetzt gehe ich nochmal ganz nach hinten, das sind jetzt ungefähr 5 bis 6 Meter Abstand, ich spreche ganz normal, ihr hört jetzt, wie das Mikrofon der Kamera anhört. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020